Andreas Patz ist mittlerweile sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Er lobte unter der Woche ihre Leidenschaft und Einstellung. Der Tabellenzweiter aus dem Paradies war auch im dritten Spiel in dieser Woche klarer Favorit. Jena war von Beginn an bemüht, das Spiel zu kontrollieren. Hier Kapitän Striezel mit dem langen Ball auf Fabian Eisele. Viertelstunde gespielt, erste gute Möglichkeit für die Gäste. Aber Wollert ist zur Stelle. 35 Minuten gespielt. Die 1.612 Zuschauer im Stadion bekamen wenig Torraumszenen zu sehen. René Lange hier mal mit der Flanke. Und Felix Trinkhut mit dem Kopf. Ganz starke Parade von Lichtenbergs Keeper Niklas Wollert. Die anschließende Ecke wieder René Lange mit Zug zum Tor. Dennis Lahmack bekommt den Ball. 1 zu 0 für Jena. Der gebürtige Berliner trifft zur Führung, die sich angekündigt hatte. Schöpf kann den Ball nicht klären. Dann war Halbzeit. Die mitgereisten Fans sichtlich zufrieden. Gute Stunde gespielt. Jena mal wieder in der Vorwärtsbewegung. Langer Ball auf den frisch eingewechselten Alexander Prokopenko. Der Außenpfosten verhindert die Vorentscheidung. Die Schlussviertelstunde läuft. Der Diagonalpass von Bürger auf Prokopenko. Trinkhut hinterläuft. Und Alexander Prokopenko mit der Entscheidung. Gedecke fälscht den Schuss unhaltbar für Wollert ab. Das 2 zu 0. Und der Schlusspunkt in dieser Begegnung. Der FC Carl Zeiss Jena ließ heute nichts anbrennen. Nutzte seine Chancen. Gewinnt zum dritten Mal in dieser Woche. Und bleibt weiter ganz oben dran. Danke.